Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor etwas mehr als einer Woche hatte ich abends spontan nochmal ein Video gedreht, wo ich gesagt hatte, die Einnahmen aus dem Video möchte ich spenden für die Hochwasseropfer und mir ist auch wichtig, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird. Mittlerweile habe ich mir da eine Spendenorganisation ausgesucht. Die habe ich auch in der Videobeschreibung von den betreffenden bzw. dem besagten Video reingetan. Das Video kann ich hier an der Stelle nochmal verlinken. Das könnt ihr euch anschauen. Heute haben wir den 24.07. Das Video hatte ich am 15.07. gemacht und ich habe gesagt, ich spende die Einnahmen komplett und lege selber noch was drauf. Heute ist es soweit, da möchte ich meine Spende absetzen und ich würde sagen, wir reden jetzt auch nicht viel. Ich werde jetzt meine Spende machen, filme das für euch ab, damit ihr auch sehen könnt, dass ich das Geld spende. Ich zeige euch auch gleich den Spendenbetrag. Ich lege wie gesagt aus eigener Tasche hier noch was drauf. Ich werde euch auch zeigen, was das Video an Einnahmen erzielt hat, damit ihr das sehen könnt. Danach möchte ich dann noch ein oder zwei Sätze verlieren. Aber erstmal machen wir jetzt die Spende, denn das ist es, worum es hier in dem Video hauptsächlich geht. Danach, wie gesagt, verliere ich nochmal ein oder zwei Sätze zu dem Thema allgemein. Zuerst gucken wir uns jetzt mal das Video an, wie viel Einnahmen es tatsächlich erzielt hat. Dazu klicke ich hier in die Analytics rein und dann könnt ihr hier einmal die komplette Statistik zu dem Video sehen. Bei 5.517 Aufrufen haben wir 23,05 Euro verdient. Hier kann man es noch sehen. Stand von den Einnahmen übrigens ist der 22.07. Das ist bei YouTube so, dass es immer ein oder zwei Tage hinterher sind. Hier in dem Fall sind es jetzt zwei Tage. Wir gehen mal seit Uploaddatum insgesamt. Dann können wir nämlich auch sehen, wie viel Einnahmen das Video pro Tag erzielt hat. Am ersten Tag waren es 5,11 Euro. Am zweiten Tag 6,03 Euro. Dann ist es etwas weniger geworden. Dann stieg es wieder an, weil ich bei Instagram nochmal aufgerufen hatte. Da haben einige dankenswerterweise das Video dann noch geklickt. Und dann ging es aber bergab bis zum letzten Tag, jetzt am 22.07., wo wir 47 Cent Einnahmen erzielt haben. Wenn wir uns auch mal die Klicks jetzt anschauen, auch die werden jetzt immer weniger. Das heißt, die Einnahmen sinken auch hier, anstatt zu steigen. Das heißt, wir sind hier im Centbetrag pro Tag noch, was dazu kommt. Und in den nächsten Tagen wird dann wahrscheinlich so gut wie gar nichts mehr passieren. Vielleicht wird dieses Video maximal noch 25, vielleicht 26 Euro erzielen. Dann war es das aber auch. Es sei denn, es passiert irgendwie ein Wunder. Davon gehe ich aber nicht aus. Ihr könnt aber natürlich selbstverständlich gern das Video bei mir immer im Auge behalten. Wenn ihr jetzt seht, dass die Klicks hier exorbitant hoch steigen, dann wisst ihr halt auch, dass die Einnahmen höher sind. Bei 10.000 Klicks wären es dann vielleicht so 46 Euro. Ja, ich gehe davon nicht aus. Deshalb richte ich jetzt meine Spende erstmal ab oder sende die ab. Und ich hatte mir dazu auch eine Spendenorganisation schon ausgesucht. Ich habe das auch hier schon einmal vorbereitet. Das ist Aktion Deutschland hilft, wo wir jetzt spenden wollen. Und das natürlich für das Hochwasser. Und ich habe hier unten das soweit schon mal auch eingegeben. Ja, ich spende fürs Hochwasser. Hier unten kommen jetzt meine persönlichen Daten. Die möchte ich natürlich nicht zeigen. Das werde ich jetzt auch gleich verpixelen, wenn wir runterscrollen, damit ihr das nicht seht. Das ist Datenschutz. Und hier gebe ich jetzt meinen Spendenbetrag ein, den ich spenden möchte. 23,05 Euro kommen durch euch, diejenigen, die das Video geklickt haben, durch die Werbeeinnahmen, die auch die Werbung angeschaut haben. Vielen Dank dafür. Und ich spende insgesamt jetzt 200 Euro. Und ja, also ca. 170 oder 177 Euro knapp aus eigener Tasche. Das heißt, ein paar Cent-Einnahmen, wie gesagt, wird das Video wahrscheinlich noch erzielen. Das heißt, mein Eigenanteil, den ich spende, wird dadurch etwas geringer dann ausfallen. Aber ich denke, am Ende ist das in Ordnung noch so mit 200 Euro. Die meisten geben 100 Euro. Ist statistisch hier auch ausgewertet. Ich glaube, da liegen wir mit 200 Euro ganz gut. Ja, es liegt mir fern, mich übrigens auch davon privat zu bereichern. Auch das wurde mir leider wieder vorgeworfen. Ja, ich denke, das macht man nicht oder ich auf gar keinen Fall. Mit tun die Menschen wirklich leid. Und ich hoffe einfach, dass die Hilfe auch ankommt und dass man damit was Gutes tut. So, ich werde jetzt runterscrollen. Das ist dann, wie gesagt, für euch verpixelt, weil ich nicht möchte, dass meine persönlichen Daten hier preisgegeben werden. Datenschutz. Und deshalb scrolle ich jetzt runter. Ihr könnt das verpixelt sehen. Und dann sende ich meine Spende auch einmal ab. Ich habe dazu meine Bankverbindung angegeben und werde jetzt hier einmalig 200 Euro spenden. So, das hat geklappt. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Aufgrund der großen Solidaritäten des hohen Spendenaufkommens kommt es derzeit zu verzögern beim Versand der Bestätigungs-Mail. Ja gut, das ist in Ordnung. Da kann man mit leben, denke ich. Und ja, den Rest jetzt auch hier unten wieder verpixelt für euch, weil das meine persönlichen Daten sind. Und damit habe ich meine Spende jetzt abgesendet. Und jetzt möchte ich, wie gesagt, noch ein oder zwei Sätze zu dem ganzen Geschehen auch einmal hier loswerden. Ja, und jetzt zum Ende des Videos möchte ich nochmal ein oder zwei oder vielleicht auch drei Sätze zu der ganzen Sache verlieren. Erstmal natürlich nochmal vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Ich hatte natürlich gehofft, dass über YouTube eine etwas größere Summe zusammenkommt. Mein Eigenanteil hatte ich von Anfang an so gedacht. Ja, aus eigener Tasche werde ich so 150 Euro spenden. Und jetzt ist es etwas mehr geworden, damit halt einfach eine glatte Summe draus wird. Wäre über YouTube natürlich noch mehr zusammengekommen, hätten wir vielleicht 250 oder 300 Euro spenden können. Hätte mich natürlich gefreut, aber am Ende ist es, denke ich, mal auch so eine ganz gute Summe. Und ich hoffe, es hilft halt einfach weiter. Ja, dann noch vielleicht auch eine Sache für die jüngeren Zuschauer unter uns, die vielleicht den Wunsch haben, YouTube als Beruf zu haben. Ihr habt jetzt hier einfach mal gesehen, was für Einnahmen durch so ein Video zustande kommen. Allein das zu erzielen, ist auch schon sehr schwierig. Ihr könnt es sehen, ich habe fast 180.000 Abonnenten und habe mit dem Video jetzt 23 Euro erzielt. Die Einnahmen daraus müssen natürlich noch versteuert werden. Das heißt, das ist jetzt hier der Bruttobetrag. Danach geht nach Abzug meiner Ausgaben, bleibt ein Gewinn, den ich dann versteuern muss. Also sind die 23 Euro noch nicht mal tatsächlich das, was am Ende angekommen wäre, wenn ich es jetzt nicht gespendet hätte. Also könnt ihr euch ein bisschen ausmalen, wie schwierig es ist, von YouTube zu leben und ihr müsst erst mal dahin kommen, dass ihr tatsächlich mit einem Video überhaupt 23 Euro verdient. Das ist also verdammt schwierig. Setzt also nicht euren kompletten Berufswunsch nur auf YouTube und habt keine Alternative. Macht es vielmehr so, dass ihr sagt, ich möchte YouTuber werden, aber ich mache natürlich auch ein Studium, ich gehe zur Schule oder ich mache eine Ausbildung. Ich habe also ein Standbein, worauf ich stehen kann. Ein Beruf, der mich ernährt, der mich versorgt, wovon ich meine Rechnungen bezahlen kann. Und verfolge nebenbei einfach den Wunsch, YouTube zu machen. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Erfolg bei euch und es klappt bei euch, dass durch die Wettel schließlich können es wirklich jedem, der hartnäckig sein Ziel verfolgt, der hat es dann am Ende auch einfach verdient und dass er dann davon leben könnte. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich werde YouTuber und dann kann man seinen dicken Luxus-Porsche oder was auch immer durch die Gegend fahren und seinen Rolex präsentieren. Ganz so einfach ist es nicht. Von daher behaltet das immer im Auge und stellt es euch nicht so einfach vor. Hier konntet ihr tatsächlich schwarz auf weiß mal sehen, was bei so einem Video einfach mal zusammenkommt. Und das allein, wie gesagt, ist schon schwer zu erzielen. Ja, dann noch eine zweite und auch gleich dritte Sache. Erstmal muss man sagen, die Politiker geben kein gutes Bild ab. Der Laschet und der Steinmeier vor Ort haben sich meiner Meinung nach blamiert. Da kann man vielleicht auch geteilter Meinung sagen, natürlich darf man auch mal schmunzeln, aber es gibt trotzdem ein schlechtes Bild ab. Und dann die Debatte um die Warnung. Ja, jeder zieht sich da wieder außer Verantwortung, so wie man es kennt. Ich war es nicht, der war es nicht, der war es nicht, ich war es nicht. Hin und her. Das finde ich traurig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben die Technik, wir haben die Möglichkeiten und wir hätten die Möglichkeiten mit Sicherheit gehabt, die Bewohner rechtzeitig zu warnen. Es hat früher wahrscheinlich besser geklappt als heute. Aber irgendwer hat halt einfach seinen Job nicht gemacht. Und ja, die Verantwortung will wie immer keiner übernehmen. Es sind Menschen dadurch gestorben. Es haben Menschen dadurch alles verloren. Das finde ich persönlich sehr, sehr schlimm. Hier hat die Politik einfach meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach versagt. Und ja, das muss halt auf jeden Fall besser nehmen. Und der eine oder andere sollte vielleicht auch da tatsächlich die Verantwortung übernehmen und von seinem Amt zurücktreten oder wie auch immer. Ich meine, wenn wir unseren Job nicht machen oder scheiße machen, dann müssen wir auch irgendwann die Konsequenz dafür tragen. Werden entlassen. Und das finde ich muss auf solcher Ebene dann halt auch passieren. Und ja, ist aber wie gesagt auch meine persönliche Meinung nur. Dann noch was drittes. Ja, auch unter dem Video, wo ich gesagt habe, ich möchte die Einnahmen spenden, gab es merkwürdige Kommentare, die ich gelöscht habe und die Nutzer auch gesperrt habe. Finde ich einfach traurig. Das Video sollte nur helfen, nicht mehr und nicht weniger. Es ist verstörend, was da teilweise ankommt. Ich möchte auch gar nicht näher darauf eingehen, weil ich möchte auch solchen Leuten einfach keine Plattform bieten. Ich finde es traurig mittlerweile in unserer Gesellschaft. Das ist einfach komisch. Man kann auch nicht mehr frei seine Meinung sagen. Das geht auch nicht mehr. Man wird ganz schnell in irgendeine Schublade gedrückt, wo man nicht mehr, wo man nicht hin möchte oder wo man auch gar nicht rein gehört. Ich hoffe, das wird in Zukunft einfach besser. Und was ich auch traurig finde vor Ort, wo Menschen alles verloren haben, teilweise mit ihrem Leben auch bezahlt haben, dass es da zu Plünderungen gekommen ist teilweise. Ich weiß, das sind immer nur wenige, aber es macht einen nachdenklich oder betroffen oder einfach traurig, dass sowas passiert. Auch wenn man jetzt liest, dass Helfer vor Ort, die da ehrenamtlich sind, beschimpft werden, bedroht werden. Finde ich sehr, sehr schade und sehr, sehr fragwürdig. Egal, das sei es drum. Ich habe meine Spende abgerichtet. Ihr konntet es sehen. Ich habe mein soll damit erfüllt, so wie ich es gesagt habe. Es gibt jetzt auch die ein oder andere Spendengala am Fernsehen, wie ich mitbekommen habe, wohl auch heute auf Sat.1. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass viel zusammenkommt. Man hat auch viel aus der Wirtschaft von vielen Firmen gesehen, dass die viel Solidarität gezeigt haben, viel gespendet haben. Ich bin gespannt, was die Versicherungen machen. Da habe ich persönlich, aber ich kann mich auch irren oder habe es einfach noch nicht mitgekriegt, aktuell noch nicht gesehen, dass da irgendwie eine Versicherung gesagt hat, hier, wir schicken da was hin, wir schicken da was hin. Keine Ahnung. Ich will aber auch kein Unrecht tun. Ich habe es, wie gesagt, nicht mitbekommen. Aber am anderen Ende, ja, ist man halt einfach der Gelackmeierte, nur weil man vielleicht keine Elementarversicherung hatte, wie auch immer. Ich hoffe einfach, dass den Leuten, die betroffen sind, geholfen werden und dass in ein paar Jahren hoffentlich wieder alles gut ist und dass sowas am besten halt einfach nicht mehr passiert. Gut, das war das Video. Ich möchte nicht noch weiter hier rumreden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.